Das Haus der 131 Biere bietet Biere aus jedem Winkel der Erde. 131 ist natürlich weit untertrieben. Momentan haben wir etwa 300 Sorten für Sie. Tendenz steigend. Wir sind Ansprechpartner für Großhändler, Kaufhäuser und Getränkemärkte, betreiben aber auch ein Ladengeschäft und einen Online-Shop. Obwohl das Kerngeschäft im Im- und Export internationaler Biere liegt, können auch nahezu alle deutschen Biere bezogen werden. Sprechen Sie uns einfach an! 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 Vielen Dank.